Übelst klug, übelst klug, übelst klug, übelst klug. Boah, damit rechnet halt niemand, ne? No fucking way! Das war ein... Das war ein übelst krasses Ding, Alter. Das war halt mal ein Jetplay. Holy shit! So liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag hier von meiner Seite. Heute geht es das erste Mal in Buddyclips Valorant. Was heißt das? Wir gucken uns die geilsten Plays an, auch mitunter von euch. Ihr habt nämlich jetzt die Chance, mir eure Bestmomente per Mail zu schicken an buddyclips.outlook.com. Da ihr dementsprechend heute aber noch nichts davon wissen konntet, schauen wir uns heute die Valorant Best Moments and Funny Fails an, die wir im Internet gefunden haben. Den Link dazu zum Originalvideo habe ich natürlich unten in die Videobeschreibung gepackt. Wir starten in 14 Minuten geballte Action. Also Leute, let's go! Brimstone. Drei Smokes. Eins, zwei, drei, vier, fünf... What? Hat er da einen Ace mit einer... Was? Mit einer Mollo gemacht? Never gonna happen, Alter. What the fuck? Yeah, they are. Rafa's Summit. Okay. Das ist auch krass, was der momentan an Viewern hat, ne? 150.000 plus. Pulled Ball beim Gegner, pulled Ball bei ihm. Drei Kills schon mit der Operator. Vier Kills. Die spüre ich selber gar nicht, aber... Da waren nur vier dann doch. Ehe, allein gegen drei. Hast du Pistol Rounds? Er hat halt nichts an Leben. What the fuck? Oh my god, Alter. Oh my god. Okay, there we go. Wann sie 55, man? There's two men. Get out of my way! Jetzt kommen die Double... Jetzt kommen die Tabs, Junge. Und jetzt sind wir irgendwie wieder fünf Leute am Leben. Der war schon mal nice. Alle da drin, ne? Okay, vier hat er schon. Zwei Leben noch. Komm, Junge. Die sechs geht. What the fuck, Christmas? What the fuck, Christmas? Saugeil. Junge, ist er halt wirklich für Weihnachten. Jetzt, jetzt, jetzt gegen die Operator. Alter. Sechster Kill. Junge, aber er ist doch gerade gekommen am Mikrofon, ne? Eine Odin, das ist auch so eine Waffe, Mann. Alter, die ballern da einfach mit allen Odins da vorne. Zwei Stück. Keck, weh, Junge. Warte mal, die haben alle ne Odin? Mei, ihr's lol. Ah, super, Mann. Dass das einfach funktioniert hat. Okay, das erste Runde fiss the round. Die letzte Kugel, genau. Auf die letzte, genau, Mann. Und diese ist auch ein kranker. Dieser Double Boost, holy fuck. Schön gemacht. Alter, ohne Mist, ich mach dog. Dog. Okay. What the fuck? Dog has dieses Spiel mittlerweile sehr. Aber ich liebe ihn einfach für seine Reaktion, ne? Das ist halt, die Rolle, die er spielt, ist so gut. Ist halt wirklich so. Jet Plays, Jet Plays, Jet Plays! I'm crazy. I'm crazy! I'm crazy! Holy shit, das war richtig clean. Where's the punted? Der macht das doch alles noch. Der, Junge, ich hab das im Blut. Well played, motherfucker. So, what you can do is drop, drop your Vandal right here. So, jetzt dann einfach nur durch die Schicksalmatsch. Die Odin-Taktik. Hauptsache ist doch, oh, what? Super gut, man. Go, 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 go. Dieses Spiel ist einfach dafür da, ne? Dieses Spiel ist dafür da, Scheiße zu bauen. Alter, was hat der für eine Sense, Mann? One short, one short, one short. Too short, too short. Als erster so Pistol Run, ne? Oh, kriegt er alle, kriegt er alle. Yellow, 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 yellow. Ich muss sagen, ich hab die letzten Tage Kite, ich hab so viele Quadra-Kills gemacht, wirklich so viele. Gestern wieder allein in einem Match, zwei Stück. Und dann, aber Ace, der Stato, immer an den Nerven gescheitert, Mann. Oh, ich hab ihn. Kriegt er. Irrer. Schönes, schönes Play. Oh, mein Gott. Junkrat? Was ist das du? It hat gerade einen Vierer-Kill gemacht mit der Nape, Sekunden nachdem er, okay, geil. 1v5 Situation, Whimsy on the Sticks, missing the first shot, pulling out that knife, chucking the... Falsch war, Falsch. Oh, super gut, Mann. So gut. What the fuck, Mann. Oh, so gut. Einfach nur so gut, Mann. Noll. Okay. What? Poggers. Ich war ne vier weggeböllert und einen der Revive-Forder. Krass. Die waren auch super blind. Oh, schöner Double-Shot. Triple. Das ist so obvious, Alter. Das ist so obvious. Das ist so obvious. Aber das ist halt, ich glaube, das ist das große Problem mit oben, ne? Du bist übelst predictable durch den Sound und weil die Leute halt immer in Richtung Spawn gehen. Jedes verkackte Mal. Die Leute erwarten dich schon und es dauert so unglaublich lange, bis du rematerialisiert wärst. Der erste Shot war geil. Der erste Shot war geil. Oh, mein Gott. Oh, er freut sich nicht gerade. Das war nicht so klug. Was, wie hat der den hinter dem denn nicht bekommen? Hä? Oh, ich seh'n Fünferkill, Junge. Holy fuck. Oh, mein Gott. Er spielt Thretched. Gott sei'n, Gott sei'n ist keine Mikrofon-Störung bei ihm oder sowas da. Aber da muss der Player umso besser sein. 3 HP gegen 2. Oh, gelang. Der stirbt, echt. Das tut weh beim Zuschauen, Mann. What? Er hat den No-Scope mit dem Operator auf die Entfernung hinbekommen. Wisst ihr, was das für eine kleine Chance ist, dass das überhaupt funktioniert? No fucking way. Also, seriously, no fucking way. Guckt euch das Video von mir von gestern an mit den Waffen, wo ich die Tests gemacht habe. Wie groß diese Chance eigentlich ist, das zu schaffen? Oder hat er sich noch geduckt? I don't know. Auf jeden Fall übel sick. Jetzt haben wir etwas mit einem Toaster aufgenommen. Alle Leute haben gesagt, Valorant kann man mit einem Toaster spielen. Ja, anscheinend auch aufnehmen. Schade. Er hat den Schockboot nach oben geknallt, zweimal auf abprallen. No way. Dass das funktioniert hat. Übelst klug. Übelst klug. Übelst klug. Boah, damit rechnet halt niemand, ne? No fucking way. Das war ein... Das war... Übelst krasses Ding, Alter. Das war halt mal ein Jetplay. Holy shit. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Oh mein fucking Gott, please, man, please. Delete the game, please. Delete the game. Ja, Mann, das war jetzt nicht so super klug. Clean ist Ding, Mann. Boys, listen, am I not the best? Ich habe im Endeffekt noch gedacht, er bricht den Diffuse ab. Das wäre so der Klassiker gewesen, Mann. Aber man schaut, man hört den... Ey, man hört... Als Shroud hört man direkt raus, ne? Aus jedem Teamspeak, aus jedem Call. Woaaah, fuck. Jetplays sind einfach... Das ist Zucker, Leute. Ah, super, Mann. Feier ich. Piss around. What? Er hat drei geholt. Er hat schon einen da geholt. What? No fucking way, dass er das geschafft hat. Er hat zwei Leute durch die Toxic-Scheiße geholt. Am Spawn. Keine Skyboxer noch. Das bewirkt es, wenn du den richtig... Alter. Dass du überhaupt den Spot wusstest, wo man schießen muss, ne? Spult zurück, guckt euch das an, merkt euch das. Insane. Aber das sind halt so Sachen, die findest du erst jetzt momentan mit dem Spiel einigermaßen raus. Oh mein Gott. Alter, Shorty-Klatsch gemacht. Was? Hat er gerade drei hintereinander abgeschlossen? Ist das nicht zwei Maximum? Oder gilt das nur für die Leute, die Amor haben? Nice. One enemy remaining. Your fault. Nice. Nice. Er dachte den Reaver Skin. Das ist übrigens der, die Operator Reaver Skin ist der einzige Skin, den ich überhaupt habe. Ich finde den richtig lit, obwohl, ich hoffe, die Operator wird noch gebufft. Ich glaube schon, auf jeden Fall. Eins gegen drei. Ich sehe jetzt. Er wartet, er wartet, er wartet, er wartet. Zweite noch mal hinterher. Das war's. Massiv geil, Mann. Das war der Win, das war 12-12, ne? Holy shit. Nice. Oh, Junge, die Clips sind so geil. Da merkt man einfach, was möglich ist, ne? An welche Sachen man vielleicht noch gar nicht denkt, aber einige Spieler sich schon so rausgesucht haben. Der hat halt wirklich reingeplayt. Der letzte Spieler ist derjenige, der hat Stanley gebetet. Der letzte Spieler standen. Heaven, heaven. Next day. Ähm, was anderes wollen wir hier versuchen? So Leute. Ich sehe den Doktor drauf. Ihr seht, die Operator ist halt komplett Bullshit, was so, was, 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 was No Scopes angeht. Deswegen war das eine so krass, dass er den aus 10, 20 Meter Entfernung irgendwie getroffen hat. Nichtsdestotrotz, liebe Freunde, das war das erste Video. Ich möchte jetzt eure Highlights haben. Schickt sie mir an bodyclipsatoutlook.com. Ich gucke sie mir alle an, versprochen. Und dann nehmen wir die das nächste Mal im Video durch. Und dann sind vielleicht eure Clips hier auch bei. Ich würde mich auf jeden Fall übelst freuen, von euch auch richtig geile Bretter zu bekommen. Was war für euch übrigens der geilste Clip, den wir in dem Video hatten? Der Operator No Scope war es wahrscheinlich für mich. Eure Antwort unten in die Kommentare, Leute. Ich lese mir momentan alles durch. Hau da rein. Ich freue mich drauf. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Die Glocke aktivieren. Und bei mir im Stream vorbeischauen. Allerwichtigste. Live dabei sein. Wenn ich ein bisschen zocke und auch geilen anderen Stuff mache. Alles natürlich zu Valorant. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Hau da rein. Euer Buddy.